Ja, wir hängen da uns jetzt beide dran und gucken, wer es länger ausfällt. Ah, das ist übrigens Löwi. Nee, nee, nee. Hängt der am Deck? Ja, hängt der am Deck. Kommt der in die Lokantik? Ja. Ja, hier findet auch unsere nächste Challenge statt von unseren Minifinals von Generali. Und zwar geht es ums Deck. Ja, wir hängen da uns jetzt beide dran und gucken, wer es länger aushält. Ich glaube, der Löwi hat da noch was für nichts. Was will ich sagen? Ja, ein paar Gewichte, ne? Bitte. So, am Deck war es auf jeden Fall besser. Aber jetzt sind wir auf der Laufbahn. Und hier drehen wir auch unsere nächste Challenge unserer Generali-Mini-Finals. Und ja, das ist Triathlon. Aber dafür müssen wir uns erst mal umziehen. Dein Ernst? So sieht das aus, wenn man Triathlon macht. Ist ja kalt heute. Ah, Dreck! So, das war mal wieder unentschieden. Weil wie das mit Sport nun mal so ist, braucht man einen Sieger. Und unser Finale wird am Olympiastadion stattfinden. Hast du Bock? Ich hab Bock. Da muss ich nicht. Dann, bitte. Da meinst du. Du bist. Du bist. . Bis zum nächsten Mal.